BMW Motorräder stehen für Faszination, Freiheit und grenzenlosen Fahrspaß. Mit genau der gleichen Leidenschaft entwickelt und produziert BMW Motorrad auch seine Helme. Wir wollen nicht irgendeinen Helm entwickeln, sondern den besten, den es auf dem Markt gibt. Nachdem festgelegt ist, was der Helm alles leisten muss, beginnen die Designer von BMW Motorrad mit den ersten Skizzen. Von Hand wird danach aus Ton das sogenannte Clay-Modell gefertigt. Gutes Helmdesign dreht sich an erster Stelle um die Funktionalität. Sicherheit, Komfort, Aerodynamik, Akustik. Und für uns das perfekte Helm ist, dass es auch gut aussieht. Auf der Basis eines CAD-Modells entsteht ein erster Prototyp. Schon in dieser frühen Phase erproben Testfahrer von BMW Motorrad den Helm auf der Straße. Das aerodynamische Verhalten des Helms wird im hauseigenen Windkanal optimiert. In der Beregnungskammer beweist der BMW-Helm seine Wetterfestigkeit. Mehr als 250 Liter pro Minute prasseln hier auf den Helm ein. Die Serienproduktion beginnt mit dem Pressen der Helmschale, dem Herzstück eines jeden Motorradhelmes. Mit einem Druck von 3000 Bar schneidet ein Wasserstrahl Löcher und Ausschnitte in die Helmschale. Er arbeitet auf den Zehntel Millimeter genau. Präzision, die auch in der Lackieranlage unverzichtbar ist. Die Neuentwicklung eines BMW Motorradlackes dauert bis zu anderthalb Jahren. Einen neuen Helm auf den Markt zu bringen, ist eine große Herausforderung. Wir wollen nicht nur die Konkurrenz übertreffen, sondern uns selbst. Auch während der Serienproduktion werden die Helme weiterhin stichprobenhaft getestet. Nur so stellt BMW Motorrad sicher, dass ihre Helme die strengen EU-Sicherheitsnormen nicht nur erfüllen, sondern stets problemlos übertreffen. Für andere eine Herausforderung, für BMW Motorrad eine Pflichtübung. In der abschließenden Montage setzen Mitarbeiter den Helm in Handarbeit zusammen. Drei Jahre, von den ersten Skizzen bis zum fertigen Helm. Drei Jahre, in denen unsere Mitarbeiter bei BMW Motorrad ihr Bestes gegeben haben. In der Entwicklung, im Design und im Labor. Nur im Team gelingt es uns immer wieder, Helme zu entwickeln, die neue Maßstäbe setzen. BMW Motorradhelme. Ein Hightech-Produkt, entwickelt für grenzenlosen Fahrspaß.